Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir über den Unterschied zwischen Selbst und Selber. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern? Und gibt es überhaupt einen Unterschied? Nun, beide Wörter bedeuten persönlich, ohne fremde Hilfe. Zum Beispiel, ich habe das Essen selbst gekocht. Ich habe es ohne fremde Hilfe gekocht. Ich habe es selber gekocht. Ich habe es selbst gekocht. Das bedeutet selber und selbst. Ich habe es alleine getan. Oder ich habe es getan. Und Selber ist laut Victionary umgangssprachlich. Aber aus zwei Gründen benutzt man Selber auch in formaler Sprache. Also, erstmal Achtung, selbst hat auch die Bedeutung sogar. Zum Beispiel, selbst wenn es heute regnet, werde ich spazieren gehen. Sogar wenn es heute regnet, werde ich spazieren gehen. Und eben wegen dieser Doppelbedeutung, eben weil selbst zwei Bedeutungen hat, benutzt man manchmal auch in formaler Sprache Selber statt Selbst, obwohl Selber eigentlich umgangssprachlich ist. Zum Beispiel, selbst kochen ist billiger. Ja, das ist sehr zweideutig. Und es könnte bedeuten, dass sogar kochen billiger ist. Es kann aber auch bedeuten, dass es billiger ist, wenn man persönlich kocht ohne fremde Hilfe. Und deswegen benutzt man das Wort Selber und sagt stattdessen, Selber kochen ist billiger. Und dann ist es eindeutig. Dann bedeutet es, dass man selber kocht, dass man ohne fremde Hilfe kocht, dass man persönlich kocht. Und der zweite Grund ist, dass es sich manchmal besser anhört. Manchmal hört es sich besser an, wenn man selber benutzt statt selbst. Zum Beispiel in der Dichtung. Ja, wenn ich einen Reim machen möchte in meinem Gedicht, dann macht es manchmal sehr mehr Sinn. Ja, es ergibt mehr Sinn. Es ergibt mehr Sinn, wenn ich selber sage, ja, weil ich dann reimen kann oder weil es dann schöner klingt wegen dem Rhythmus oder so, ja. Aber im Grunde genommen sind es Synonyme. Ja, wenn du umgangssprachlich sprichst, dann ist es vollkommen egal, ob du selbst sagst oder selber. Wenn du formal sprechen möchtest, dann ist es oft besser, selbst zu sagen. Es sei denn, selbst klingt nicht so gut oder ist zweideutig. Dann sagst du selber. Aber ansonsten sind es fast dieselben Wörter. Okay? Ich hoffe, dies war hilfreich und wir sehen uns morgen. Tschüss!